BASKET YOUTUBE! Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal SkorpionPlays Ja Leute, ich hab mal wieder die HVK ausgepackt Ich hab vor ein paar Monaten mal einen Video-Übersieg gemacht und hab sie dann irgendwie nicht mehr gespielt Obwohl sie eigentlich cool ist glaube ich hab sie jetzt wirklich seitdem auch nicht mehr angefasst Deswegen einfach mal ein Live-Kommentary hier mal ein bisschen sogar mit Drohne, Konterdrohne, Hater haben sich ein paar gewünscht und ja Public Black Ops 3 ist ja so eine Sache Weil jeder Spieler besser ist als ich Also jeder Egal wer, jeder ist besser Und ja, suchen wir mal unser Glück hier Vielleicht erreiche ich ja sogar positiv am Ende der Runde Wobei, dass wenn ich das schon sehe, dann sieht es nicht so aus Hab ich Recoil? Hab ich Recoil? Ich kann es nicht einschätzen Ja, ich wusste, dass da noch einer ist Natürlich mit der P06 Mit der besten Waffe Da ist einer drin Komm, komm War klar Oh mein Gott, get raped Und ich hab die Flagge nicht eingenommen Ich voll spaß Obwohl der Move so cool aussah So smooth irgendwie Von der Taprezzi Ah, die zerstören schon wieder alles, man Haben wir schon wieder quitten eigentlich Das sind die Besten Oh, ich dachte, der hätte doch Hast mich da schon angeschossen Hahaha Just Killing Bruh Lass mir bitte mal den Kill hier bei C Teammate Sei mal so Mach mal nicht so ein auf den So, genau so That's what I'm talking about Ich hab tatsächlich einen Hater in Public Das ist für mich Krass Leute Das ist für mich ein Erlebnis Das glaubt ihr nicht Ein echter Hater Von Marcel in Public Black Ops 3 Das ist so eine Ehre für mich Ich möchte erstmal meine Mutter grüßen an dieser Stelle Oh, wie die Hits ihn eigentlich nicht interessiert Die Hits Hater schon unten? Ne, noch nicht Das ist ja unfassbar War doch, er ist aber grad hier fleißig dabei Er hier Er sucht ihn grad so den Hater Komm, wo bist du Ekeliges Stück Wie auch immer du heißt Mann, der regt mich ja richtig auf, ey Let's do this Hater Meine Hände sind so nass, Leute Für eine Drecks 15er Gunstreak In Black Ops 2 Hätte ich noch nicht mal darüber nachgedacht Ich wüsste noch nicht mal wie die heißt Die 15er Streak in Black Ops 2 Hier bin ich mir sicher, dass das die Scrupulous Streak ist Let's do this Guys Let's do this Come on Ich hab seit der ersten Woche kein Public mehr gespielt Ist so lustig eigentlich, ne In Black Ops 2 hab ich 2 Nuklears pro Stunde gemacht, glaub ich Was ist das hier? Achso, die Raps landen Ich denk so Ich hab so nen Sound noch nie gehört, Digga Ich denk so Was ist das, Mann? Ohne Spaß Die Gegner führen so hoch in Punkten Sowas hab ich in meinem Leben noch nicht gesehen Ich hör's euch Mh 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 Sorry, dass ich grad so defensiv spiele Ich bin grad echt aufgeregt Ich weiß, ich mach nicht so den Anschein, weil ihr wahrscheinlich denkt Ja Habt ihr die Killcam gesehen, Leute? Habt ihr die Killcam gesehen? Hier Er schießt halt einfach so Sprayt durch Juckt ihn nicht Juckt ihn einfach nicht, Leute Er will challengen Weil er denkt, er ist gut Passt auf, ey Weil er seinen Freunden in der Schule immer erzählt, dass er gut ist Da ist er Ich liebe das so, ey Oh Nein How should I survive this shit? Like this Oh Oh my gosh Oh my gosh Guckt euch das an Die haben sogar Hater, ey Alter, was geht, Mann Hohoho Hab ich geschwitzt, ey Uah Uiuiui Geht Bring her No Lets go, du No 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 Ich freue mich auf die Montage, Leute, du bist ein Team-Mate. Ja, Sport, gib mich! Sport, gib mich! Nein. Wo kommst du her? Oh mein Gott, was für ein Movement. Ich bin der beste Spieler der Welt. Ja! So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ihr das auf jeden Fall gerne liked, dann so ein bisschen live zusammenschnittet und in der ersten Runde fasst die Nuklear. Na gut, kann man nichts machen, Leute. Falls ihr so ein bisschen live auf Nuklear gehen solltet, lasst auf jeden Fall gerne bewerten da oder schreibt es in die Kommentare. Dann checkt auf jeden Fall den Vlog gestern auf Marcel-Skorpion aus. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung genauso wie das Video von gestern hier auf diesem Kanal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!